Fynn Lukas Kunz, 26, ist wieder glücklich vergeben. Nachdem schon einige Wochen Gerüchte kursiert waren, dass der einstige Die-Bachelorette-Gewinner wieder in festen Händen ist, bestätigte er das vor wenigen Tagen selbst. Jetzt lüftet der Lüneburger auch das Geheimnis um die Identität seiner Liebsten. Auf seinem Instagram-Profil postet Fynn einige Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Mallorca-Urlaub. Auf einem Foto küsst er seine Partnerin, die sich Lenny nennt, liebevoll auf die Wange. Auf einem anderen hält er ihre Hand und präsentiert seine hübsche Freundin. Seine Follower sind ganz aus dem Häuschen, das Fynn nun endlich seine neue zeigt. Deine Freundin ist ja goldig oder also diese Frau sieht mega schön aus, lauten etwa zwei Kommentare unter dem Beitrag. Auch seine Bachelor-Kollegen Nico Griesert, 33, und Khan Actas freuen sich für den Influencer. Im Januar dieses Jahres machte Fynn die Trennung von seiner Freundin Jennifer Saro, 28, bekannt. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Während Fynn mittlerweile wieder vergeben ist, gilt Jennifer noch als Single, vor kurzem verriet die YouTuberin aber, dass sie wieder am Daten ist. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Die beiden waren nach Die Bachelorette einige Monate ein Paar gewesen. Die